So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Last of Us. Ja, die letzte Folge, beziehungsweise die letzte Aufnahme, die Folge wird glaube ich gleich nach der letzten erscheinen, ist ja schon eine ganze Weile her. Darum hoffe ich, dass wir uns jetzt nicht verlaufen. Ähm, also die Häuser haben ja... Ja genau, das... Ach ja, das... Ja, achso. Das stimmt, der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich da gerade. Hm, ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Seltsam. Alles klar, Ellie, alles klar. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal schon alles geupgradet, oder? Alle Upgrades gemacht? Nein, anscheinend nicht. Und wenn doch, dann hat es offensichtlich nicht gespeichert. Okay, das lohnt sich nicht. Äh, Nachlade, Tempo, Schussfolge. Ähm, das könnte sich beides lohnen, aber erstmal die großen Sachen. Also die hier, ja, alles klar. Na gut. Nachlade, Tempo, Schussfolge. Machen wir das schnell, Magazin, Körperzität. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht speichert. Aber das ist hier schnell erledigt, zum Glück. Machen wir Steuerung noch mehr, würde ich sagen. Das könnte sehr effektiv sein. Dann Nachladetempo. Panzerbrechende Munition auf jeden Fall. Nachladetempo kann man hier noch verbessern. Äh, und das war's. Ja, Reichweite muss nicht unbedingt sein. Das sieht gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. Wir hatten ja die Häuser schon durchsucht, aber jetzt bin ich mir nicht sicher, ähm, ob das wirklich gespeichert wurde. Ich schaue vielleicht nochmal ganz kurz rein. Okay, es wurde nicht gespeichert. Vielleicht schneide ich das einfach aus der Aufnahme raus. Weil das hat man ja alles schon. Ansonsten lasse ich es einfach weiter laufen. Hm. Da oben waren wir eigentlich auch schon, ne? Und der hat nichts gespeichert, oder was? Das wäre ja ziemlich blöd. Okay, das hat man alles schon, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, dann werde ich vielleicht die ersten 10 Minuten rausschneiden. Wenn ich dran denke. Wenn nicht, dann nicht. Dann würde ich vorschlagen, einfach vorzuspulen. Das wäre eventuell das Beste. Weil ich werde jetzt hier nochmal rumgehen und alles durchsuchen. Hier war nichts mehr, ne? Genau, hier war noch eine Küche, aber sonst nichts mehr. Aber die Musik ist schön. Ja, die ganzen Sachen hier, die kann ich mir nicht hingehen lassen. Dann schneide ich die 10 Minuten hoffentlich raus. Oder 15 Minuten, ich weiß es nicht. Und fange dann einfach irgendwo später an. Das hat man alles schon, wenn ich mich richtig erinnere. Finde ich irgendwie komisch, dass das nicht richtig abgespeichert wird. Ist das normal? Hm, Kombination. Achso, ja. Hier stehen keinerlei Zahlen drauf. Hunde gehen da unten ja ganz schön ab. Genau, das war die Zahl, die ich brauche. Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Ah doch, Pfeile. Hey Sam! Ja, das hat man schon. Okay. Okay, ich zuerst. Das gibt's ja nicht, der hat hier wirklich gar nichts gespeichert. Oh, das ist safe. Safe, 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 safe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab nicht gesagt gemacht. Was? Du bist halt nicht gemacht. Wir müssen doch unten stehen. Okay, okay. 14 Schuss. Dann nehm ich natürlich die. Oh, 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 oh. So, bin ich jetzt alles durchgegangen? Na gut, dann nochmal. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Last of Us. Wir laufen jetzt dann gleich den Hunden nach, weil die sind gerade weggelaufen, ich weiß nicht warum. Vorher schauen wir uns aber noch hier ganz kurz um. Ah, hier ist nichts. Ich musste gerade nochmal die ganzen Gebäude durchgehen, weil das Spiel nicht gespeichert hatte. Darum kann es... Ja, das ist ein Plan, da hast du recht. Ähm, was ich sagen wollte... Darum kann es sein, dass die ersten, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten sowas, ah eher 10 sehe ich gerade, ähm, ziemlich still sind, wenn ich vergessen habe, das rauszuschneiden. Wenn ich es vergesse. Wenn ich es vergesse. Ich weiß es gerade noch nicht. Vielleicht geht es hier weiter, das weiß ich gerade auch nicht. Ah, hier ist eine Tür. Jetzt sehe ich es erst. Oder... Nein. Keine Tür. Äh. Äh. Ja, super. Wo geht es denn dann weiter? Ha. Ja, toll. Ich bin fest davon ausgegangen, dass es da weiter geht. Ach. Durch das Haus durch. Vielleicht. Das wäre doch eine Option. Einfach durchs Haus durch und dann hinten raus. Hier war man ja auch schon beim letzten Mal, beziehungsweise ich gerade eben. Das müsste eigentlich möglich sein. Ja, genau. Ich dachte eigentlich, dass wir von hier gekommen sind. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher. Gehen wir einfach mal. Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo dahinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein. Bevor es los geht. Ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum. Und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey. Vorsichtig. Oh ja. Bevor ich es vergesse. Genau. Das habe ich jetzt nämlich wirklich fast vergessen. Wo sind die Einstellungen? Optionen? Da. Anzeige vielleicht? Helligkeit. Genau. Ich habe nämlich gesehen, dass die Videos sehr sehr dunkel sind. Darum mache ich jetzt einfach mal auf absolut höchste Helligkeit und das passt dann schon. Fortsetzen. Ich glaube das passt. Also ihr habt es gerade gesehen. Noch heller als das. Geht nicht. Genau. Passt. Ja. Würdet ihr ihn bitte mal ablenken? Oder ich mache das so. Ich dachte vielleicht ist das so blöd. Gar nichts. Was machst du da? Warum tukst du die? Warum lenkt ihr nicht ab? Ihr wolltet doch ablenken. Ja. Du hast mich angeschossen. Natürlich. Das hat weh getan. Na ja. Ich bin wirklich tot. Verdammt. Verdammt. Warum kann ich die Schläge nicht abwehren? Frage ich mich. Hier müsste ich einigermaßen safe sein. Und los. 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 Kriege ich. Bam. 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 Jawoll. Und ne neue Waffe. Das hilft auch. Du triffst mich ja nicht oder? Hä? Hä? Genau. Du triffst mich nicht. Ja. Hier bin ich. Okay. Ich hab gedacht hier wer wer. Wo sind die Hunde? Ich versteck mich doch. Au. Was war das denn? Wie hat er mich denn getroffen? Ah. Der hat mich auch so erschreckt als er auf mich geschossen hat auf einmal. Boah. Da darf ich mich schon wieder heilen wahrscheinlich weil sonst bin ich wieder nach ein, zwei Schlägen tot. Und ich hab natürlich nichts um mich zu heilen. Das war so klar. Ich hab hoffenweise Lappen aber keinen Alkohol. Ich hab auch keine Mollys mehr ne? Verdammt. Das heißt Eintreffen und ich bin tot. Besser wäre es wenn ich ihn jetzt töte und danach... Ach verdammt. Warum lenken die ihn denn nicht ab? Muss ich da was drücken oder so, dass sie ihn ablenken? Warum machen die nichts? Was? Das war doch so abgemacht. Ey Leute der Typ ist gerade zu krass für mich. Mach doch was abgemacht war. Warum macht der jetzt auf einmal ne andere Waffe? Auf einmal hat er ne andere Waffe. Das gibt's ja nicht. Ich muss mich schnell bewegen sonst erwischt der mich wieder. Verdammt. Ja ich versteck mich doch. Das gibt's ja nicht ey. Lenkt ihn doch ab Leute. Das war so abgemacht, dass ihr ihn ablenkt. Macht doch was. Oder muss ich was machen. Damit die was machen. Ja das war klar. Da hin wollte ich. So ich geh jetzt nicht mehr extra hoch weil... Obwohl doch ich geh nochmal extra hoch. Ich sterbe zwar sowieso gleich wieder aber egal. Ja genau. Sack. Schieß halt. Ja versteckt euch nicht. Vielleicht hilft ja. Mach es nochmal. Ach man ey. Das gibt es nicht. Wie schnell kann denn der nachladen? Oder musst du überhaupt nachladen? Ich weiß es ja gar nicht. Ah. Sorry aber... Ich muss mir die Sachen da drin holen. Ich weiß ja nicht. Hallo? Ähm. Warum ist denn der jetzt nicht gerannt? Ich hab gedrückt. Ach man ey. Das nervt jetzt wirklich. Weil die lenken nicht ab. Da. Schau. Schau wie die nicht ablenken. Ihr seid tolle Ablenker. Ihr seid ganz tolle Ablenker. Wisst ihr das? Ich muss den jetzt schon ausschalten weil sonst komme ich da nicht durch. Und die lenken wunderbar ab. Wir machen das ganz toll. Ah. Da seid ihr. Ja. Da sind wir. Die sind so dumm manchmal. Wirklich. Ja. Geil. Man. Leute. Macht doch was. Was soll ich denn machen? Das ist dumm. Das ist echt dumm. Sie sagen sie lenken ab und dann machen sie nichts. Da. Schau. Wie die ablenken. So ganz toll. Ey. Also Leute. Wir werden niemals an dieser Stelle hier vorbeikommen. Ah. Ja. Was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen. Und? Wo wollt ihr nochmal hin? Wo wollt ihr nochmal hin? Genau dahin wo du grad hinschießt. Also komm. Wirklich. Die lenken ihn nicht ab. Die weigern sich mir zu helfen. Macht was Leute. Hier. Ellie. Du bist doch sowieso wie ein Ninja. Ja. Das hilft nichts. Ich muss da durch und den töten. Dann lasse ich die ganzen Sachen halt liegen. Ich muss da durch und den sofort töten. Weil die lenken ihn nicht ab. Darum muss ich da durch. Was? Ich war doch schon gedockt? Ja. Natürlich kannst du mich immer noch sehen. Weil dich keiner ablenkt. Ich ignoriere jetzt einfach die ganzen Sachen was dort in den Häusern sind und riskiere. Ja. Jetzt steht er mir noch im Weg. Das ist ganz super. Weil ich denke halt, dass wenn ich den töte geht es sofort weiter. Zutritt verboten, Mann! Also mir ist schon klar, das soll schwer sein. Und darum lenken die nicht ab. Aber wenn sie sagen, sie lenken ab, dann sollen sie ablenken. Dann sollen sie das nicht sagen. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Und lieber ab. Das hat gut gesessen. Wollt ihr wieder oberschlau sein? Ich bin oberschlau. Ich habe den Weg hier gefunden. Die Frage ist jetzt nur, wie ich den letzten da lege. Im Gegensatz zu mir ist er anscheinend relativ intelligent. Ja. Ich stehe hinter der Deckung und der schießt da einfach durch. Scheiße. Ich dachte, hier gibt es irgendwas. Ich glaube, von hier aus kann ich ihn erschießen. Die lenken ihn überhaupt nicht. Der schießt einfach nur in irgendeine Richtung. Was? Habe ich ihn getroffen? Nein. Hä? Das war ein Volltreffer. Okay. Da muss ich wohl näher ran. Das war zwar ein Volltreffer. Ich habe ihn voll seinen Hut oder was auch immer. Das war vom Kopf geballert. Aber gut. Anscheinend muss ich da hin. Hat er mir hier nicht gerade was angezeigt? Ja. Hat er doch. Nein. Wir sind nicht hier. Ich kann euch immer noch sehen. Kannst du gar nicht. Lügner. Ja. Ja. Ich muss hinter dem Zorn gewesen sein und natürlich erwischt er mich. Das gibt es doch nicht. Das ist jetzt schon wieder fast eine ganze Folge. Nur mit diesem Typen hier. Ja. Ja. weil die drei dort nichts machen. Nicht das was sie versprochen haben. Wenn sie gesagt hätten. Äh. Ja. Okay. Wir machen einfach gar nichts und du regelst das schon. Dann wäre das für mich okay gewesen. Dann würde mich das nicht stören. Ja. Diese Waffe wollte ich dafür eigentlich auch gar nicht verwenden.